Was fällt raus? Das Haus ist jetzt wieder veröffnet. Hast du gezuckt oder kann mir das mal so vor? Wer hat zugedrückt? Gezuckt. Wer hat gezuckt? Du. Nee. Echt nicht? Ich dachte, dass ich jetzt ein bisschen so ... Jetzt werde ich mal gucken, was drin Neues gibt. Höchstens ein Bett für den Knubbel. Dann vielleicht die Dusche, irgendwas gemacht. Jetzt geht's los.